Ja, was ist passiert? Ich hab eine Bombe gezogen. Ja, meine Mutter blästigt. Erstmal so einen auf dem Parken und so was, Kopf an Kopf. Und dann hab ich ein Ding gezogen und so was. Der hat mich auf dem Bogen geparkt, dann bin ich aufgestanden, warum bin ich mir so richtig gefetzt? Jo Freunde, was geht heute zu einem erneuten Video? Und wie ihr seht, hab ich wieder meine Gäste am Start. Stell euch mal vor. Locktube. Locktube. Und? Halles 62. Und ja, heute haben wir was für ein Video am Start? Wir machen eine Umfrage, wann war deine letzte Schlägerei? Genau, und dann erzählen die ein bisschen, wie die letzte Schlägerei war. Und dann sind wir gespannt, fragen wir Mädchen und Jungs? Ja. Das war's, dann würde ich sagen, vielleicht gehen wir. Okay, stellt euch mal ganz kurz vor. Ja. Wie heißt du? Äh, Alpa. Und du? Ul. Alex. Äh, ich heiße Majdi. Majdi? Ja, ein schwieriger Name. Puh, ich hab noch nie gehört. Mushtaba. Und du? Ali. Ian. Du? David. Achso. Michelle. Merita. Julia. Edo. Ich heiße Neo. Sögel. Jamie. 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 Und du? Wann hattest du deine letzte Schlägerei? Also als Mädchen weiß man nicht, hast du überhaupt Schlägerei gehabt? Ja, aber in der Kampfsport, also ich bin Kampfsportlerin. Äh, welch, vielleicht, was machst du? Ähm, Thai-Boxen. Tschüss, gleich bockst du mich weg oder so. Hattest du schon mal dann draußen auf der Straße eine Schlägerei? Ja, ich sag ich, Elfer oder so. Elf? Und wie alt bis jetzt? Äh, 15. Und bis dahin hattest du keine? Warum hattest du die Schlägerei mit elf? Ähm, ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaub, weil ich hab mal Stress mit einem Freund gehabt. Und, ey, wir haben einfach am Anfang nur so Spaßfetze und dann irgendwann haben wir es ernst genommen. Hast du nochmal, ich kenn das, weil Spaß wird ernst, ja. Äh, Fight. Ja. Ja, ich hab noch. Hast du noch nie? Nee. Noch nie jemandem ein Ding gezogen? Gott sei Dank. Gott sei Dank? Mhm. Also du bist auf den, du willst keinen Stress? Ja. Und was ist, wenn jemand kommt von hinten und dich einfach schubst? Nix? Dann einfach zurück, Tornado kick und dann liegt der Typ, ne? Keine Ahnung. Ich hab mich noch nie geschlagen. Noch nie? Ja. Ehrlich? Ja. Krass, und du? Keine Ahnung. Weißt du nicht, wann du deinen letzten Schlägerei hattest? Das versteh ich nicht. Aber du hattest einen, ne? Ja. Und wann? Lange her, keine Ahnung. Auf den, erzähl mal, was passiert ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich war in der Schule und danach hat er mich beleidigt und danach hab ich ihm halt eine Faust gezogen. Ach so, und dann war er fertig auf den? Ja. Ich bin nicht zu schlagen. Noch nie? Nee, nee. Auch nicht früher? Du auch nicht? Nein, nein, ich nein. Heute, nach der Schule. Was? Nach der Schule heute. Vor der Schule? Ja. Ja, wie sonst auch. Okay. Und warum? Ja, er hat meiner Freundin einen Arsch gefasst. Deine Freundin? Ja. Wie alt bist du? 14. 14? Ja, zu unkorrekt, Junge. Aber er ist dann weggelaufen. Ach so, und du hast ihn nicht bekommen? Nein. Hast du davon diesen Kratzer da? Nein, das war ein Kollege. Hast du ihm keinen Stich gegeben? Nein. Nein. Ja, ich war da nicht dabei. Letzte Woche war eine. Und warum? Naja, er meinte halt, meine Mutter ist fett und so. Also sie ist halt... Ja, und ähm... Sorry, ich lache uns egal. Ja, und dann? Erzähl. Ja, und äh... Dann haben wir uns ihn halt geschnappt. Und dann ist dieser Marcel? War das Marcel? Ja. Marcel, wenn du das siehst, hör auf damit. Seine Mutter ist nicht fett. Und du? Ja, er hat mich als Hurensohn beleidigt. Ja, er hat mich als Hurensohn beleidigt. Dich auch? Ja. Der Marcel. Genau. Alter Marcel, hör auf damit. Und dann? Was hast du gemacht? Ja, er ist dann weggelaufen, aber vorher hatte er noch einen Schlag. Warte mal, ganz kurz. Ja, auf die Schulter leider. Und ganz kurz, warum noch alle weg? Ja, keine Ahnung, die haben Angst wahrscheinlich. Ja, okay, perfekt. Dankeschön, ne Jungs. Vielen Dank. Instagram mit deinen Namen. David.brmn. 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 Aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr Tockert bekommt, wenn ihr ihn abonniert. Wenn ihr bei ihm frech seid, er sticht euch ab. Danke. Das ist einfach falsch. Gar nicht. Vor drei Monaten. Wie ist das passiert? Kannst du kurz schildern? Wir hatten Streit und dann Gerüchte und irgendwann mal, keine Ahnung. Vor einer Woche hatte ich... Ich fühle mich richtig Hells Angels, Digga. Die boxen sich jeden Tag Spaß. Nein. Ich hatte bis jetzt nur eine Fetze. Kannst du kurz sagen, was passiert ist? Das war unnötig. Das war Kinderscheiße. Das war so, wir hatten Streit und dann... Ihr beide? Ja. Ihr habt euch gefetzt. Aha. Die Feinde stehen sich gegenüber, ja. Und wie war das? Und wie war das? Und wie war das? Das war dumm und kindisch von uns. Okay, und auf den... Das war länger her. War länger her? Bei Mädchen sind immer Fetze krank. Ihr zieht euch die Haare schon fast raus, ne? Ja. Habt ihr bei euch auch rausgezogen? Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ihr euch beide gefetzt habt. Krass. Und du? Gar nicht. Du bist auf denen so ein ruhiges Mädchen, ne? Ja, eigentlich schon. Und die stehen dir auch schon? Was war ihre letzte Fetze? Jeden Tag, ehrlich. Jeden Tag. Das war auch... Aber auch gegen ein paar Mädchen. Aber... Gegen Mädchen. Ja, auch. Ich bin Ehrenmann, deswegen. Manchmal schlägt man einfach Mädchen auf denen. Manchmal rutscht ich einfach die Hand so aus und dann zack. Nein, Spaß. Natürlich scharmen wir keine Mädchen. Nein, Spaß, man. So, und dann nochmal die Insta-Namen von den Ladies. michael.dcrk Und du? julia-sz66 Und du? Hau raus. Ich weiß selber nicht wie ich heiße. Ich bin ein Liebeskind. Liebeskind? Ja. Ich auch ein Liebeskind. Und du? Ich bin auch ein Liebeskind. Und das ist Olaf. Er hier ist... Olaf. Olaf? Ihr Name lautet dann bestimmt... Ja, das ist richtig. Günther. Also ihr fährt's euch nicht? Nee. Nicht? Und... Wer sind sie eigentlich? Ich wollt Bild machen. Ach, Bild machen? Wann war dein letztes Stegerein? Ich war schon Bild. Äh... Also... Also... Vorgestern... Vorgestern... Erzähl, ich hör dir zu. Da kam so ein Junge in der Schule. Er meinte auf dem... Ich hab ihm Boxen gegeben. Vor einer Woche ungefähr. Ja, was ist passiert? Ich hab ihm einen Bombe gezogen. Und warum hast du einen Bombe gezogen? Ja, meine Mutter blädigt. Ehrlich? Wo war das in der Schule? Äh... Das war auf so einem kleinen Spielplatz, ja. Okay, und wie auf den... Einfach nur den Bombe gezogen und dann war fertig? Ja. Auf den war er kurz schlafen? Ja, erstmal so ein auf den Packen und sowas. Kopf an Kopf. Und dann hab ich einen Ding gezogen, das war's. Und dann war's auf den, als er gegangen? Fresh, fresh. Und bei dir? Äh... Ist schon länger her. Es war Konflikt zwischen uns beiden. Wir haben uns gestritten. Mhm. Und ja, es war halt so, dass er mich dann gepackt hat. Ja. Ja, eigentlich wollte ich das nicht machen. Ich bin nicht so einer, aber... Dann musste ich ihn einfach so... Einmal so zuschlagen und so. Und dann... Aber du hast ihm auch ein Ding gezogen? Ja. Aber danach wurde das auch geklärt. Ach so, und dann ist er auch auf den gegangen? Ein Ding und dann war er auch weg. Ja, genau. Heute... Hä? Heute wahrscheinlich. Heute? Hast du dich gefetzt? Ja. Gegen wen? Mit einem Jungen aus meiner Schule. Und wie ist es abgelaufen auf dem? Ja... Oder deine Musik ist lauter als bei der Disco, Digga? Ja, er hat mich... Wir haben... Sag das nochmal auf Deutsch. Er hat mich beleidigt. Ich habe ihn beleidigt. Also er hat mich beleidigt und danach... Dein Land? Ja. Was ist dein Land? Polen. Ach so. Ah, da hast du, ne? Ist das wegen der Fetz heute? Ja, wegen der Fetz. Okay, und sag mal ganz kurz, wie das passiert, also wie abgelaufen ist. Ja, er hat mich auf den Boden geparkt, dann bin ich aufgestanden worden und es ging, sei ich gefetzt. Okay, wer hat im Endeffekt gewonnen? Ich. Ja? Ja. Zeig mal die Kamera. Auf den Jungs, das ist taggleich. Yo Freunde, das war das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sagt auch nochmal was. Ja. Checkt auf jeden Fall die Jungs von LockTube ab. Mich und... Ihn. Und hinter der Kamera, aber er will sich nicht zeigen. Spaß. Und checkt noch alle sechs feiern.